Sander, du musst nicht sagen, dass du eine Idee hast. Eroh, ich such dich. Du wolltest doch Zuckerrohr haben. Ich hab genug Zuckerrohr. Ich pflanze das nur an, Neu. Laschow Kings Institut. Wiese ohne Köderplätze. Krabbi-Küste klingt gut. Gibt's noch weitere Vorschläge? Klingt doch interessant. Wo ist überhaupt die Krabbi-Küste? Naja, überall da, wo Krabbi auftaucht. E1 taucht's ja auch auf. Ja, ja. Obwohl's nicht in Krabbis Information steht. Und man muss es jetzt auch nochmal so sehen. Pixel-Krabbi taucht sogar in dem neuen Gebiet auf. Ja, ja. Wow. Kann mal einer Fabian zeigen. So, und ich mach noch jetzt eine ganz kurze Pause. Und eigentlich hatte ich ja ein Bild vorbereitet. Der Livestream geht in wenigen Minuten weiter, aber das liegt jetzt auf einem anderen PC. Das hab ich nicht mehr geschafft. Das heißt, dieses tolle Bild gibt es dann in 14 Tagen live im Livestream. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und ich bin kurz auf Klo. Viel Spaß. Irgendjemand vorschläge, wie man Sammler auf 55 prügel kann, ohne dass man wochenlang Champignons erntet? Champignons-Leveln bis zu Level 45 bist. Und danach Krypto-Bären sammeln. Und wer sammelt die Krypto-Bären vor mir weg? Ich. Ich noch nicht. Ich brauch noch eine. Könntest du vielleicht etwas höflicher werden und das nicht tun? Nein, weil ich gerne auch irgendwann im Gebiet 5 sein möchte. Nein, nein. Zwergi, du bleibst ein Krypto-Bären und lässt mir gefälligst die schönen Champignons. Nein. Ich sammle auch die Champignons noch. Naja. Lustig ist immer, wenn ich nach Hause komme, um 18 Uhr circa, sind alle Champignons noch da und alle Krypto-Bären meistens. Meistens viele. Nicht alle, aber viele. Auch heute. Aber auch bloß, weil ich es dann noch nicht geschafft habe, unten zu sein. Wobei, nee. Nachmittag habe ich mich mit 3QX um die Champignons geprügelt. Hm. Da sind keine Krypto-Bären. Versuch's mal um 4 Uhr morgens. Ja. Lieber nicht. Wie, direkt nach der Arbeit? Ja, ja. Um die Uhrzeit ist es am besten. Weil da wenigen nur online sind. Okay, jetzt habe ich einen Spitzaktik gemacht, den ich mich kaputt machen wollte. Deo, 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 deo. So, und habt ihr euch ausgetauscht, die Palatios? Also es hat noch... Aber wie bringt man es am Lauf 55? Also es hat noch keiner wirklich eine präzise Map. Ich sage, man muss einen Anti-Hyper-Alektier-Köder auslegen. Das klingt doch mal geil. Ey, die Idee schreibe ich mir auf. Das bringe ich irgendwo, dass du dann Anti-Hyper-Alektier-Köder bringen musst. Wo kann man denn eigentlich Dede abwischen? Dede? G3. Überall G3. Überall? Überall. Ich habe mir heute ein neues Buch gekauft. Das Schwarze Auge. Jetzt gehe ich in die Pen-and-Paper-Karriere rein. Mal gucken, ob ich... Schwarze Auge, da habe ich auch schon mit zu tun. Ja, ja. Mal gucken, ob ich das begreife, das Buch. Ich bin ja nicht blöd. So, was slained by Fabian? Ach, Leute. Leute, ey, was fummelst du da bei mir rum? Was bin ich denn voll mit Zuckerrohr? Und das so kurz vorm Turnier, wo ich mein Inventar schon leergeräumt habe. Viel Spaß damit. Na, herzlichen Dankeschön. So, und jetzt benehmt euch und seid brave Minecraftler. So, ich starte jetzt mal einen Aufruf. Alle, die mitmachen wollen, sollen jetzt bitte langsam mal sich auf dem Dorfplatz einfinden. Mit leeren Taschen. Bitte? Mit leeren Inventar. Ja, ja. Okay, dann komme ich mal langsam. Ich bin gerade eingenickt. Also, das ist, wenn es jetzt also sagen, ihr rufen Live-Stream, das ist langweilig. Tja. Nö, ich habe den Live-Stream nicht offen, ich höre nur zu. Ich auch. Na gut, ich habe einen Live-Stream an, aber ich habe trotzdem komplett aus. Ja, das ist ja auch doof, dann hörst du mich ja doppelt. So, bisher sehe ich hier 2, 4, 2, 4, 6 Leute. Das ist ein bisschen wenig. Jetzt schreibt er mich auch noch die Zeit auf dem Spiel an. Aber da kommen ja noch ein paar. Ich muss bloß kurz in meine Update gucken. Sim, das macht auf jeden Fall heute nicht mit, wie ich sehe. Schade. Oh. Oh, Max, Sim. Dräng, vielleicht könntest du mir meine Frage hier auch beantworten, wenn ich dir was in Skype schreibe. Ich habe doch geantwortet. Laie, das war nein. Ah. So, Sogi, die Latios-Map ist so einfach, wenn man sie kennt. Sogi, schreib mir doch mal bitte privat welche Map im TS. Einfach privat, also. Nein, nein, nicht privat. Wir wollten es alle wissen. Doch, doch, doch. Du gehst auf meinen Namen und dann. Nein, nein, nicht privat. Äh, Text, Text, äh, Chat öffnen. Und dann kannst du da reinschreiben. Und das würde mich mal interessieren, ob du es wirklich die richtige Map hast. Der hat schon dropped, wenn ich richtig mitbekommen habe. Aber in G4 gekauft. Achso. Ähm, Jo, kannst du mich zu irgendeinem Typen tippen? Ich bin in der Wildnis irgendwo im Nirgendwo. TP, wer bist du nochmal? Line. Line. Nein, nein. Danke. Theo glitscht im Boden rum. Theo ist toll. Und so, da macht er es selber. Danke. Darf ich sagen, dass ich mein Raupi immer noch toll finde? Dein Rauch? Ja, mein Raupi. Das steht direkt hinter euch. Ach, dein Raupi. Ne, ich habe Rauchverstand. Raupi. Ich bin's gut, dass mein Raupi... Nein, Antworten verursachtst du nur neue Fragen. Kannst du noch mal lesen? Iroh, ich fand das irgendwie blöd, dass man da nicht rein kann. Ja, das war's jetzt in einer Minute hier losgeht. Äh, ja, puh. Wenn die Leute mal alle einloggen können. Minecraft. Gescheit rumstehen und nicht irgendwie springen, laufen, sondern irgendwie sich mal... So, ich komme wieder zurück. Also, ich sehe hier gerade zwei, vier, sechs Leute. Sieben Leute. Sieben. Soll ich mich verkümeln, wenn ich kein Minecraft mitspiele? Ne, ne, du kannst hier bleiben. Acht. Acht Leute. Neun, du kommst noch an, Iroh. Du kommst noch. Kommt sonst noch wer? Ja, ich bin unterwegs. Zwergi, wie es ist mit Yuki? Kommt sie auch? Sollte eigentlich sein, ja. Aber sie hatte gesagt, dass sie noch kommt. Ich weiß nicht, was... Warten wir dann. Wollen wir, dass ihre Eltern wieder stören? Oh je. I don't know. So. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Wenn Yuki noch kommt, sind wir zehn. Wir könnten es fünf gegen fünf probieren. Allerdings weiß ich nicht, wie das ausgeht. Du hast mich mitgezählt, weil ich bin noch nicht da. Du bist noch nicht da. Dann sind wir dann... Auf jeden Fall dann elf. Noch jemand ohne Fahrschein? Kommt, den zwölften kriegen wir doch wohl noch. Iroh. Ja, zur Not macht Iroh den zwölften, das ist klar. Ja, ich kann es auch. Bitte, was? Hau Twilly in die Fresse, damit er kommt. Ich kann Twilly zweimal in die Fresse hauen. Er sitzt hier bei mir, er kommt auch nicht mehr jetzt nach Hause so schnell. Also das bringt nichts. Wenn es um alles geht, dann kann ich ja nicht mitspielen. Ne, ne, passt schon. Äh, zur Not spiel ich mit, dann sind wir gerade. Äh, wer hat gerade gesagt, Twilly in die Fresse hauen? Ich. Ah, Rishi Ram war's. Badaos könnte auch. Ja, Badaos könnte auch vielleicht, okay. Aber ich muss gucken, ob es leckt, weil wenn es bei mir leckt, dann wäre es scheiße fürs Team. Ja. Glaube ich. Mhm. Mhm. Woran machst du einen Fix, ob es leckt oder nicht leckt? Ich muss noch kurz weg. Gib mal deinen Namen, ich setze dich erstmal auf die Whitelist. Und Dodo, jetzt kurz weg ist blöd. Ne, nur kurz im Lagerhaus. Badaos 99. Badaos 99. Mit irgendwelchen Strichen? Nö, gar nichts, im Badaos 99. So, G, du wolltest auch mitmachen. Ähm, wie ist denn der Server-IP? Sofort. Äh. Leute, könntet ihr mal aufhören, euch hier gegenseitig niederzumetzeln? Ihr seid echt wie die Kleinkinder. Sind wir denn nicht Kleinkinder im Herzen? Ne, ne, wurde gefischt. Da ist Yuki. Ja? Komm mal zum Platz, wo wir eigentlich die Gewinne austeilen. Ah, da soll ich hingehen. Und da ist Kase. Dann müsst ihr bitte noch einmal gedulden. Oh ja. Den geben wir dir auch noch. Alle auf die, wir hätten nur noch 17 in der Eben. Dann sind alle da. Dann sind wir 2, 4, 6, 8... Ja, ich muss gerade noch was kaufen. Ja, ich gucke noch. 12, dann sind wir 13, dann wären wir genau 14. Du musst halt auch noch was kaufen für morgen. Ich bin irgendwie außerhalb der Stadt gelandet. Keine Ahnung wie. Ich teleportiere dich her. Nein, nein, warte, warte. So, sagen. Hi. Wie wir jetzt auch einfach hier fragen können. Badaus, du kennst dich nicht aus. Ich teleportiere dich mal her. Warte, ich komme gleich. Ganz kurz. Wolle Leben also. Hat es eigentlich heute schon wieder wer geschafft, in den Tisch zu fallen? Bitte nicht. Noch nicht? Leute, nein. Ach, soll ich es auch so sagen? Nein. Swergi ist bedrohlich nah. Ja, Eshram steht daneben. Leute, stellt euch mal... Wer wird der Kindkopf des Tages? Ich kann so nicht zählen, Leute. Stellt euch mal irgendwie eine Reihe auf oder so. Irgendwie irgendwas, was man zählen kann. Aber nicht irgendwie... Ja, so. Okay, aufstellen. Wie die Rentner, die gerade ihre Rente holen wollen. Oh Gott. Und du da hinten! Hab ich dich eingeladen! Na? So. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf, mit Yuki zwölf. Gut. Ich komme gerade noch. Wer kommt noch? Ähm, Don, also ich. Du kommst noch. Don Finn. Will noch irgendjemand mitmachen? Ero kann mich ja eben teleportieren. Das dauert gerade ein bisschen länger. Hattest du Don Finne mitgezählt? Danke sehr. Ja, mit Don Finne sind wir 13, deshalb suche ich jetzt gerade noch einen. Ansonsten muss ich ja mitmachen. Verlieren wir aber. Er hat gesagt, dass Yuro gut ist. Badehaus hat null Leben. Ja, ja, das regeneriert sich, sobald er irgendwie Punkte geholt hat. Verdammt, er ist ein Hacker. Er ist ein Zombie. Er ist ein Tod. Er ist ein Zombie. Sie fängt sofort alle um Badehaus scheren. Ja, das wäre zu erholen. Ich lege ja die ganze Zeit, ey. Ach, scheiße. Ich habe auch noch so ein Dreckiges. Also. Ja, wir haben zwei Links. Er hat mich hier. So, Leute, wir machen das heute mal ganz anders als sonst. Wir warten jetzt noch, wer auf Don, der jetzt hier bald kommt. Ich bin da. Bin da. Bist du auch schon hier bei der ganzen Horde? Ich sehe das nicht. Jupp, hier. Oh, Regieram. Darf ich ihn töten? Nein, Leute, 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 aus! Weg da! Hallo, was macht ihr? Ein Leben. Redcoin war falsch. Ich bin nicht richtig. Er ist schon draußen. Okay. Er hat sich freigebaut. So, wir machen das jetzt. Wir sind jetzt 13, oder? Nochmal durchzählen. 2, 4, 6. 4, 6, ja. 13. Okay, dann werde ich heute mitkommen. Ich habe Essen. Und zwar machen wir das so. Ich stelle mich jetzt hier einfach mal unter diesen Pilz. Dieser Pilz ist jetzt Team Blau. Der Allianz-Pilz. Der rote Pilz ist Team Rot. Horde. Ich bin Rot. Team Blau, Team Blau, Team Blau. Und jetzt dürft ihr euch selbst zuordnen, wo ihr hinwollt. Horde! Wenn es hinterher nicht gleich ist, dann schmeißen wir einfach welche raus. Eine eigene Gruppe. Kommt zu Horde. Wir haben kein Gehirn. So. Haben jetzt beide ungefähr 7 Leute. Aschi. 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 Das hat sogar geklappt. Ich bin begeistert. Gemeistert. Scoreboard. Group. Nee. Doch. Teams. Teams. Join. Blau. War das so richtig? Bin ich jetzt blau? Ha. Wer ist noch blau? Ich bin blau. Na, erstmal hier an Badehaus. Fabian, den sehe ich nämlich. Dragonfly ist eh schon blau. Refi auf. Böser Refi. Ich bin blau. Böser Refi. Nein, noch Rot. Böse. Dann müssen wir noch ein Wechselmal Blau. Wir machen ja gotyeonggi. Okay. Vielen Dank.